ich bin gerade hier doppelt live zwar einmal facebook einmal instagram mal wieder zweifach das ist immer blöd wenn man dann von oben da unten wie man halt zuschaut gerade so für die oberen facebook ist immer ein bisschen blöd aber wenn man in die kamera rein rät aber wir haben ja dieses mega tolle diffuser angebot gerade den diffuser zum halben preis und ich habe gedacht den stargazing das war mein allererster diffuser schon wo ich mir ausgesucht habe und ich habe gedacht ich komme schnell live zeige euch wie der diffuser so ausschaut wie der leuchtet wie das alles ausguckt und genau wenn ihr fragen habt kann ich direkt darauf eingehen donnerstag schnäppchen sind ja jetzt im angebot 20 uhr und ich habe lauter tolle sachen entdeckt und ich werde nach dem video wahrscheinlich dann jetzt noch bestellen also falls ich irgendjemand mit anschließen möchte auch gern irgendwie was will ich mache nur eine sammelbestellung und ich bestelle für mich was und falls jemand auch was mit bestellen will oder selber einfach seinen eigenen shopping link will der gibt mir sehr gerne bescheid und zwar unsere diffuser die haben ja ein so eine base also so eine grundsting und da kann man verschiedene schirme dazu kaufen also wenn der nicht da drauf ist ist der einfach so chrom spiegelig in silber und wenn man den dann braucht hat er diesen richtig geilen 3d effekt genau jetzt schon ein kabel zu kurz gell näher geht es gar nicht dran ihr habt da einen richtigen 16 fach led farbwechsel verlauf und da kann man entweder als ich habe jetzt eingestellt wenn man lange drauf bleibt wie funktionen wissen ja viele auch nicht mehr um zwei knöpfe eins mit dem tropfen eins mit einer sonne und bei dem tropfen wenn ihr drauf drückt habt ihr einmal den vollen dampf glaube ich wenn man das zweite mal drückt ist weniger oder andersrum ne da ist der niedriger genau da ist nur so und davor war es ein bisschen höher habe ich das gefühl ja eins von beiden immer man hat vier stunden dufterlebnis bei dem jetzt wenn man die funktion an hat oder eben die doppelte laufzeit also acht stunden dufterlebnis wenn ihr die extra funktion einschaltet wo es eine minute an ist und eine minute aus ist also ich kann es jetzt mal ausmachen dann zeige euch wie das geht wenn manche haben ja schon die fuße und die wissen noch gar nicht wie was für einstellungen es eigentlich alles gibt also wenn man da einmal drauf drückt ist viel dampf noch mal drauf drückt ist weniger dampf oder andersrum ich weiß immer nie genau und wenn wir jetzt lange drauf bleiben so drei zwei drei sekunden eins zwei drei genau dann geht der hier an und dann läuft er eine minute und dann ist er eine minute aus dann geht er wieder eine minute und dann hat er natürlich genau doppelt die länge wo ihr dufterlebnis habt also anstatt vier stunden acht dufterlebnis das besondere ist ja hier immer ihr habt lebenslange garantie handgefertigte produkte und das ist die modernste ultraschalltechnologie wo es gerade so auf der welt aktuell gibt also richtig richtig toll und wer halt so luxus was besonderes für zu hause haben will seht ihr jetzt geht es aus und das schaltet sich dann automatisch an mich stört das dann immer also ich mache eigentlich immer volle ladung die vier stunden reichen mir abends machen wir um sechs sechs her an sechs bis zehn die vier stunden passt wunderbar dann gehen wir ins bett und der schaltet sich dann auch wenn das wassertank leer ist schaltet er sich automatisch ab also der läuft ja nicht irgendwie leer oder oder dass da noch irgendwas ist das schaltet sich automatisch ab nur das licht schaltet sich nicht automatisch ab aber der wasserdampf der geht automatisch geht einfach aus wenn der wassertank leer ist und da kann auch nichts passieren also es geht automatisch einfach dann aus ihr habt es ich habe jetzt den farbwechsel verlauf glaubt drinnen oder habe ich nur eine farbe ich habe vorher mal durchgeklickt ich weiß es gar nicht blau ich glaube ich habe einen farbwechsel verlauf da ist nämlich die sonne drauf und wenn man da auch lang drauf bleibt drei sekunden dann kommt ihr in den automatischen farbwechsel verlauf ja jetzt ist der wie von blau auf lila schwenkt er gerade um wenn ihr nicht diesen farbverlauf folgt also ich finde den richtig toll weil der schön ah hallo da oben kommt auch noch jemand dazu genau wenn fragen sind einfach melden und bescheid geben und jetzt geht immer an und aus also seht ihr das ist dann eben diese eine funktion das stört mich aber mir will dass dass das immer an ist also drücke einmal drauf und dann ist er einfach immer an und wenn ihr jetzt sagt ihr wollt jetzt nicht diesen farbwechsel verlauf haben sondern eine einzelne bestimmte farbe dann könnt ihr jetzt einzeln durch klicken also einfach auf die sonne oder auf das licht auf die sonne einfach drauf klicken einmal drauf drücken dann wird die farbe gewechselt dann bleibt es einfach so die ganze zeit wieder drauf drücken und geht das ist nicht die farbe wo ich will also könnt ihr einzeln die farben durch klicken ich mag immer blau türkis sehr gern oder lila die gefallen mir besonders gut grün schaut eigentlich auch ganz cool aus für das dass ich grün nicht so gern mag seht ihr das grün schaut richtig geil aus genau und dann also könnt ihr euch einfach eine farbe auswählen und dann die farbe fest laufen lassen jetzt kommt so in das türkise leicht das ist glaubt wie so weiß da ist wieder blau ich mag blau voll gern also da sieht man auch diesen tollen farbverlauf wie ein feuerwerk das mögen die männer übrigens sehr gerne also der beliebteste wo die männer aussuchen ist eigentlich dieser stargazing effekt weil er wie so ein feuerwerk körper 3d effekt hat und richtig toll ausschaut und so was ist halt ein richtiges highlight also abends da freut man sich immer wenn man es an macht oder beim besuch kommt und dann leuchtet das erstens so toll der nebel wo da raus kommt und da kann man nicht immer so reingehen also es ist wirklich was besonderes und das zum halben preis jetzt hat jetzt lebenslange garantie also ich kaufe das einmal und habe lebenslange freude ich finde das voll voll schön und so könnt ihr dann ach das ist so was besonderes und das ist ein highlight also wenn man das zu hause hat das ist so so toll genau und wenn ihr jetzt wieder also ihr könnt weiter die farben durchklicken ihr habt aber auch wenn ihr sagt ich mag gar keine farbe haben dann haben wir nur die möglichkeit also ich mache es mal aus wenn ihr lang drauf bleibt geht es wieder aus so ist aus wenn ihr sagt ihr klickt jetzt noch einmal drauf zeig es euch mal also ich drücke einmal drauf dann habt ihr ein warm weißes licht wenn ihr nochmal drauf drückt habt ihr gedimmtes warm weißes licht und wenn ihr nochmal draufklickt dann habt ihr so einen kerzenflackermodus also das ist so eine modi wo dann so ausschaut als ich drücke jetzt drauf dann ist das gedimmte warm weißes licht ist dunkler dann ist nicht so hell wenn man es eher so dezenter haben will ich kann auch mal das licht sonst ausmachen wenn ihr das im richtigen dunklen haben wollt ich kann mal schauen aber ich weiß nicht ob man da noch was sieht aber ich kann euch die lichtmodis schnell zeigen da sieht man es ganz schön genau und dann haben wir das kerzenflackermodus wenn wir das machen dann flackert das so ich weiß nicht ob man es erkennen kann dann habt ihr diesen flackermodus also wenn ihr nur einmal draufklickt habt ihr warm weißes licht nochmal draufklickt habt ihr warm weißes licht nochmal draufklickt gedimmtes warm weißes licht nochmal drauf drücken dann habt ihr kerzenflackermodus wenn ihr nochmal drauf drückt dann ist aus und jetzt lang drauf bleiben für drei sekunden eins zwei drei genau und dann kommt ihr einen automatischen farbwechselverlauf genau da seid ihr dann wieder wo das dann automatisch richtig schön ja automatisch durchläuft und von da aus wenn ihr sagt ihr wollt eine bestimmte farbe haben könnt ihr die einzelnen farben durchklicken da bleibt die farbe steht also ich habe oft im farbwechselverlauf den automatischen meistens dran und wenn ihr da keine lust drauf habt dann mache ich meistens blau türkis oder lila das sind so meine lieblingsfarben wo ich dann immer habe und so das ist wirklich ganz langsam und sanft wechselt das die farbe und da kann man die ganze zeit nur da zuschauen wie oft mir da da guckt sind mein mann und ich auch da haben wir uns ein glas wein aufgemacht und dann haben wir da so zugeschaut so faszinierend wie toll das einfach aussieht das ist ganz ganz toll bin gespannt auf den schirm ihr habt euch bestellt jetzt katharina also richtiges highlight und die männer die jungs finden das oft immer ganz ganz toll wenn man den hat jetzt mache ich das licht mal wieder an aber da seht ihr mal wie schön dass die farbe wechselt so nach und nach genau aber dann habt ihr so die verschiedenen modus mal erklärt weil oft weiß man dann gar nicht was der überhaupt alles für funktionen hat und das gibt es eigentlich so gar nicht auf dem markt mit so vielen verschiedenen funktionen und dass der sich ja automatisch abschaltet so wie es bei dem eben ist also ganz ganz toll wenn ihr da fragen habt schreibt es gerne rein auch noch nachträglich im replay wenn ihr das guckt ist ganz ganz toll ich werde jetzt auf alle fälle noch mal bestellen ihr habt gesehen die edgecore in roségold ach die haben wir ja auch da die könnt ihr euch auch noch schnell zeigen ja die hole ich mal schnell dann kann ich euch die edgecore in roségold auch zeigen weil im katalog schaut überhaupt nicht so schön aus die kommt gar nicht zur geltung wie wunderschön die roségold in die lampe euch ausschaut und die duftlampe die kostet ja auch um die 26 euro rum ich glaube es war auch der halbe preis 28 ich weiß es nicht genau aber richtig günstig unter 30 euro eine große duftlampe also ganz ganz toll die kann ich noch schnell schauen ob ich sie schnell finde dann zeige ich euch die schnell okay ich habe hier nur eine steckdose da kann ich dann immer nur eine zeigen muss ihn die fuße ausmachen aber ich kann es euch ja mal so zeigen also hier ist einmal die lampe hier ist das schälchen da habe ich noch einmal so ein rain drinnen in rosé gold unser kater miaut ich weiß nicht will ich wieder raus nach dem essen also die glänzt richtig und das kann man auch wieder fühlen also das ist so richtig schönes rosé gold und das glänzt und hat so einen schönen schimmereffekt und dann machen wir den mal schnell aus nicht einmal mit dem dampf dann stecke ich da schnell um und dann zeige ich euch das mal die kabel sind immer so eineinhalb meter lang ungefähr jetzt zeige ich euch mal wie die ausschaut muss fast wie das licht ausmachen glaube ich manchmal wie die ausschauen genau und die hat man sieht ja hier eigentlich nur punkte aber an die wand macht die so einen sacken muster voll cool ich mach mal schnell noch mal das licht aus muss ich noch rüber da sieht man das nämlich hoffentlich richtig gut da sieht man das unten dran schon hier am boden sieht man das und auch an mir dran und an der wand muss ich mal gucken ja genau da sieht man das richtig gut dieses zacken muster was das da in der hand ich muss gerade lachen weil mein mann ist gerade facebook auf der anderen seite zu und ich finde die schaut auch voll schön aus die hat ein richtig schönes warmes licht hier schaut wenn ihr das sehen könntet jetzt gar nicht sieht sie das gerade bei dem anderen jetzt seht ihr das wie das an der wand leuchtet und hinten dran sieht man gar nicht so arg aber hier unten kann man das richtig gut sehen das macht hier die ganzen sacken muster hin voll voll schön genau also das ist die edgecore in rosé gold ich finde die ist auch voll voll schön ich weiß nicht ob die man schon echt hat weil ihr habt eh viel in rosé gold als deko im wohnzimmer jetzt mache ich das licht wieder an weil so sieht man gar nichts und letztens war ja die glitte rosé gold als wandstecker und mit unterteil und die passt in der kombi zu der richtig richtig gut zusammen genau also die und mit kann man so gut mit rosé gold dekorieren also ich fand die ganz ganz schön und ich finde die schaut echt viel schöner aus weil auf dem katalog oder auf dem bild schaut ja einfach nur so braun aus gar nicht rosé gold und ja richtig richtig schön und was ich mir werde jetzt danach noch bestellen ich habe gesehen clothesline eis duftsäckchen gibt es und ich liebe die duftsäckchen ja für die schränke die halten da ewig monate weiß und da werde ich mir auf alle fälle drei stück holen für jeden schrank luka papa mama ja ich mein mann luka jeder kriegt ein duftsäckchen und dann wollte ich mir auf alle fälle noch die sensor mit dem duft black sandalwood black sandalwood jetzt habe ich es das ist ein ganz toller hölzerner fruchtiger duft also finde ich ganz ganz toll und madeleine schaut da oben auch noch vorbei das ist ganz komisch hier kommentare werden hier angezeigt aber da hat niemand geschrieben gell genau das ist voll blöd dann aber ich habe schon gesehen wenn ich dann ein video hochlade also meistens mal hier instagram hier da unten ähm das ist dann blöd dann hoch oder hoch also ich gehe eigentlich hier nur schnell live eigentlich ist da niemand da aber jetzt sind viele leute da hallo genau ähm mein mann macht mich wahnsinnig mit dies also ich glaube dass das mein mann ist mit diesen taumen nach oben glaubt ihr das ist langweilig oder vielleicht der luca und drückt dann immer drauf ja süß genau also das ist jedenfalls die edgecore in roségold da ist das da gehst diffuser wenn jemand fragen hat sehr gerne melden ähm ich werde auf alle fälle noch was bestellen also eben wie gesagt habe ich blackberry sandalwood weil ich wollte ich habe das letztens gesehen bei einem anderen also mit berater tauschen uns ja auch mal auseinander aus und die haben das jetzt alle so schön gemacht mit schön dass es dich gibt so ausgedruckt und dann aus dem sendzirkel hin und oder oder du machst oder schön dass es dich gibt du machst die welt nochmal besser oder wertvoller oder irgendwie so weil wir haben ganz viele nette liebe verkäuferinnen oder so viele liebe menschen die immer für uns da sind die einem ins lächeln ins gesicht zaubern obwohl man also ja obwohl manche vielleicht nicht so nett zu einem sind und da habe ich einfach mal danke sagen und da habe ich mir überlegt das will ich auch unbedingt nachmachen einfach so zum verschenken und dann denke ja wenn das gerade günstiger ist halber preis schlage dazu hole ich mir die gerade in den blackberry sandalwood das ist ein toller hölzerberiger duft mag ja fruchtig eh gern und ich dachte ach da hole ich mir die und will das dann auch hernehmen zum verschenken eben um einfach mal danke zu sagen um einem ein lächeln anderen ins gesicht zu zaubern und dein auto hat wenn welche so verkäuferin oder wenn ich irgendjemand über den weg lauf einfach nett ist oder lieb ist kann ich da einfach so was in die hand drücken und dann einfach mal dass es was besonderes gibt Madeleine ich habe deine dinge ich habe das ja immer nur auf aber ich habe sie am tisch hängen weil ich dich gerade sehe ich habe noch nicht weiter reingeschaut und gespitzelt auch wenn ich das schon früher auch gemacht habe aber das liegt hier direkt am tisch weil hier starte ich dann immer meinen tag trinkt meinen kaffee meinen tee oder ja schalte mich so guck in die workstation was so neues ist und dann werde ich immer an dich denken oh schön also ich freue mich danke schön nochmal so lieb von dir ah ja und genau dann habe ich gesehen Coral Waters gibt es den Textilerfrischer da bin ich am überlegen ob ich mir den noch holen soll dann als Washerwiff habe ich gesehen diese Cloudberry Dreams da bin ich noch so am überlegen ob ich das noch will dann habe ich auch gesehen Wäscheweich und Waschmittel gibt es Pink Cotton und Winter Silbries aber es sind zweierlei verschiedene also wenn es ein Kombi gewesen wäre hätte ich mir die wahrscheinlich geholt und so hole ich sie mir extra mal weil ich kann mir ja irgendwann mein Shopping Link auch auflösen halbe Preise kostenlose Sachen aussuchen dann werde ich mir da wahrscheinlich dann einfach was raussuchen wo dann alles in einem zusammenpasst so hi Heidi hallöchen da gucken mehrere rein die Namen kann ich alle gar nicht aussprechen manchmal und dann weiß man nie wie die richtig heißen in echt genau wenn ihr Fragen habt oder irgendwas wissen wollt schreibt es gern also ich werde auf alle Fälle wie gesagt jetzt nach dem Video nochmal kurz durchgucken durchstöbern und dann wahrscheinlich nochmal bestellen wir haben wieder das tolle 10er Angebot 10 Bars für 42 Euro und das ist wie wenn ihr 4,20 Euro für 1 Bar zahlt oder halt eben einfach halber Preis äh ne 10 Stück sind es 10 Stück sind es was sag ich denn 5 Stück kaufen 5 gratis oder einfach 4,20 Euro anstatt 8,50 Euro für 1 Bar könnt ihr jetzt aussuchen wie ihr wollt aber richtig günstiges Angebot also für 4,20 Euro ihr habt da 8 Würfel drinnen bis zu 120 Stunden Dufterlebnis viele haben ja 1 Würfel eine Woche manche haben es 3,5 Tage je nachdem habt ihr es den ganzen Tag immer an macht ihr es abends nur 2,3 Stunden an und das ist ein richtig richtig günstiges tolle Schnäppchen also da sind frische und blumige Düfte dabei wenn ihr da sowas wollt könnt ihr gerne mal reinschauen und durchgucken ob euch da was gefällt vorher hat schon jemand was geschrieben ich glaube die will ich habe eine die wo die Wäschekügelchen sagt sie immer weil sie die so liebt und wenn die immer im Sale sind ich glaube dass die mir noch sagen wollt ob ich ihr das schnell mitbestell genau die liebt diese Wäschedüfte eben auch diese Washerwitz und da bin ich eben auch am überlegen ob ich das noch hole genau ansonsten gibt es glaube ich nichts viel neues das sieht jetzt aus weiß nicht ob jemand noch mal einen diffuser sehen will dann stecke ich es sonst noch mal um genau dann gibt es ja auch Mickey Mouse & Friends Duftsäckchen das ist so ein fruchtiger zitrischer Duft gewesen manche haben hier die Kuscheltiere heißt dass jemand für seine Kinder gern haben will ich kann den auch noch mal anmachen genau da ist er wieder der Stargazing Schirm ganz ganz schön wie der ausschaut ich glaube ich bin jetzt lange drauf blieben jetzt geht er nach einer Minute gleich wieder aus naja voll schön ich hoffe euch geht es sonst gut ich weiß nicht ob es sonst was neues zum erzählen gibt aber ihr habt gedacht wenn ihr schon ein paar Sachen da habt könnt ihr einfach kurz schnell live kommen und euch die Sachen zeigen falls ihr nämlich irgendwie Fragen habt dann bin ich schnell da und kann euch schnell was zeigen ja ihr habt kurz drauf drückt hab mir gedacht ich weiß immer nie ich fühle immer ich drücke halt irgendwo lang drauf weil ich immer mein Farben wechselmodus will und ich habe das neue Duftöl so ein Lieblingsduft entdeckt diesen Aloe Mist & Aloe Oh das ist Ozean Brise Aloe Vera Pflanze und Orange ein richtig geiler frischer also so frische Brise mit so einer saftigen Orange wow der war auch so lecker fand ich voll toll der ist aber nicht so intensiv dass sie da jetzt richtig intensiv hat aber für alle die wo was so schönes tolles zartes frisches nicht so extremes haben wollen so dass halt wenn Leute in Besuch kommt dass die das ganz normal dass es die nicht umhaut da ist dieser Duft richtig toll also den hat eine Kundin eben bestellt gehabt und da nochmal tausend Dank irgendwie hab doch auch mal irgendeinen mit Aloe Vera also Aloe Mist irgendwas hab ich doch auch mal gekauft weil ich mal irgendwas anderes wollte Hallöchen und dann ja hab ich geguckt ja den hab ich da und dann hier hab ich ein Video vortritt für euch hab ich heute noch ausgepackt wird aber erst am Mittwoch hochgeladen also ich hab für Samstag schon das Vortritt am Montag glaube ich heute kam nochmal ein Paket für Mittwoch Mittwoch und Samstag sind ja meine zwei Youtube Tage wo ich die Videos immer hochgelade und ja und so Instagram hab ich ja meistens keine festen Tage da komm ich einfach spontan mal kurz live wenn ich irgendwas quatsche aber meistens gar nicht so dass ich was zeige weil ich immer meine Videos entweder Mittwoch oder Samstag extra da live geh und das dann hochlade oder meistens mach auch extra die Videos genau ach ist so schön so beruhigend und entspannend ich find das ist sowas besonderes das hat halt nicht jeder ich find das ist voll der hingucker Luxus für dein Zuhause ja voll schön genau ja dann pack ich es wieder ich werde jetzt nochmal schauen weil die Sachen sind ja immer nur solange der Vorrat reicht beziehungsweise muss ich auch immer dazu sagen also ja ich sag mal nur solange der Vorrat reicht die haben immer das sind ja Katalogprodukte die haben dann eine bestimmte Anzahl setzen sie setzen die dann in den Donnerstags Sale rein wo es reduziert gibt wenn das aufgebraucht ist das Kontingent dann maßt es dann gibt es nur noch wieder zum regulären Preis weil die können nicht alles jetzt komplett abverkaufen weil dann haben wir ja gar keine Ware mehr wenn da jeden Donnerstag was kommt das ins Unendliche aber einfach so als zusätzliches Goodie zum Sparen finde ich richtig toll also da nicht immer zu lange warten wenn euch was gefällt macht man es innerhalb Minuten ausverkauft Stunden manchmal erst ein paar Tagen also je nachdem das ist immer unterschiedlich es kann keiner sagen wie die Nachfrage ist aber jetzt für Weihnachten ja zum Verschenken um sich selber ein Geschenk zu machen da gibt es ja richtig viele tolle Schnäppchen immer wieder und für jeden Geldbeutel ist da was dabei und wenn ihr da irgendwie Fragen habt ich berate euch gerne einzeln individuell welche Düfte ihr gerne mögt dann kann ich euch gleich sagen ja die und die gehen dann gut wenn man das mag oder wenn man ihr Hälfte mag dann sind die und die gut also da kann ich euch gerne Bescheid geben ihr habt auch immer Duftlampen und Dufttesttaschen zu Hause wenn ihr sagt ihr wollt das eine Woche einfach erstmal zu Hause bei euch austesten ich verschicke das deutschlandweit also gar kein Problem dann gibt sie mir einfach Bescheid sagt mir einfach was euch interessiert dann packe ich euch extra was zusammen schicke das zu euch los dann könnt ihr das eine Woche testen das Einzige was ihr macht ist das nach einer Woche einfach zurückschicken und das war's also ihr müsst auch nichts bestellen habt keinen Kaufzwang oder sonst was keine nervige Beraterin wo da in der Ecke ist ne ich biete euch das einfach an weil ich hätte es selber cool gefunden einfach mal auszutesten ist das überhaupt was für mich gefällt mir das und dann ohne dass ihr irgendwelche Verpflichtungen oder sonst was habt genau aber ihr könnt es wie gesagt auch genauso gut bestellen ihr habt 30 Tage Zeit wenn euch da was nicht gefällt 30 Tage Zufriedenheitsgarantie ihr bestellt es euch gefällt es nicht dann bekommt ihr auch das Geld zurück also es ist nicht so dass ihr dann nur einen Gutschein oder so bekommt und dann trotzdem dabei sind sie gezwungen seid was zu kaufen sondern ihr könnt dann einfach schläfst du ins Bett ich komme zu dir noch kuscheln mein Schatz schlaf gut mein Schatz du hast ja zwei Handys zwei Handys doch wird gemoppelt mit deinem Arm geht es gut soweit? ja ok na gut dann schlaf gut oder Nati? du auch später ja danke bis später bis später genau ach ja jetzt weiß ich gar nicht mehr was ich mir erzählt habe jetzt kann ich nicht zurückspulen die Fußerlappe die Fußerlappe sag mal mal ich weiß nicht worauf ich hinaus wollte vorher die Fußerlappe die Fußerlappe ihr zwei ich schätze die Fußerlappe ja ich weiß jetzt nochmal was ihr wollt dass es Schnäppchen gibt also dass sie es austesten können eine Woche genau oder dass ihr das Geld auch zurück bekommt ihr könnt auch die Sachen kaufen wenn euch das nicht gefällt entweder tauschen gegen anderes am besten ist das Angebot kauf zwei zahl drei ja mein Mann dieser tolle Geschäfte mit euch machen kauf zwei zahl drei schnäppchen pur ja ja ne also ihr bekommt Geld zurück ihr gebt mir einfach Bescheid wenn euch was nicht gefällt kann man komplett zurückschicken Geld zurück oder einfach tauschen wenn ich sage okay der Schirm gefällt mir nicht gegen einen anderen Schirm der Duft gefällt mir nicht gegen einen anderen Duft tauschen oder die Duftlampe gefällt mir nicht gegen andere Duftlampe tauschen oder einfach Geld zurück also ihr habt da laute Möglichkeiten die sind total super lieb und machen immer das Beste also wollen immer sehr kulant und wenn da irgendwas nicht passt dann einfach bei mir Bescheid geben und Bescheid sagen ich kümmere mich darum und das ist dann gar kein Problem also wie gesagt ihr könnt es einfach auch bestellen wenn ihr es einfach bestellen und haben wollt aber wie gesagt ich biete es auch euch an einfach eine Woche auszutesten egal was ihr wollt ob ihr die Duftventilatoren wollt oder Mini Duftventilator fürs Auto mal austesten wollt mit dem Potz das wird auch nicht warm das ist nur durch diesen Ventilator wo es den Duft verteilt und ja Duftlampe große kleine oder wenn ihr sagt ihr wollt gerne mal einen Diffuser austesten dann gibt sie mir einfach mal Bescheid genau ja gut dann packe ich es jetzt an gehe mal noch schnell zum Luca kurz rüber tu noch schnell kuscheln und da kannst du überall eigentlich winken da könnt ihr jetzt überall hinklicken winken 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 wer da so balsch ja alles dann schau ich zu meinem Kleinen rüber kuschel mich kurz zu dem gebe dir noch einen gute Nachkuss nochmal und dann werde ich nochmal durchstöbern werde nur die Nachrichten noch schnell schauen wer noch geschrieben hat alles und dann werde ich nochmal bestellen falls jemand was mitbestellen will gibt sie mir sehr gerne Bescheid und wenn ihr einfach nur so Fragen habt dann könnt ihr mir auch einfach fragen genau also dann macht es gut schönen Abend gute Nacht schlafs gut bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss